Sie haben nun das letzte Etappenziel erreicht. Die heute namensgebenden Ortsteile Riesum und Lindholm werden bereits im Waldemars Erdbuch erwähnt. Riesum, Lindholm, Nibel und Dezbühel befinden sich auf einer Sanderinsel, die nach dem dort noch im Mittelalter vorhandenen Hochmoor Riesummoor genannt wurde. Nachdem die Nordsee während der ersten großen Mandränke 1362 bis an diese Insel vordrang, wurden die gefährdeten Teile eingedeicht und später als Riesummooringer Kornkog bezeichnet. Die Gemeinde Riesum-Lindholm entstand 1969 aus den beiden ehemals selbstständigen Dörfern Riesum und Lindholm. Große Teile der Gemeinde liegen an der Dorfstraße, die sich über mehrere Kilometer Länge erstreckt. Dazu gehören die Ortsteile Maasbüll, Riesum, Lindholm, Klockries, Wegacker und Kremperhaus. Hinzu kommen die Ortsteile Browech, Legerade und Herrenkog, die nicht direkt an der langgezogenen Dorfstraße liegen. Zur besseren Orientierung im Ort wird den Namen der Ortsteile eine hohe Bedeutung beigemessen. So wird im örtlichen Sprachgebrauch selten der eigentliche Gemeindename Riesum-Lindholm verwendet, sondern vielmehr der Name des jeweiligen Ortsteils. Riesum-Lindholm ist das kulturelle Zentrum der Festlands Nordfriesen. Der Ostermohringer Dialekt hat hier noch eine nennenswerte Sprecherzahl und eine entsprechende Bedeutung in den Familien und in der Öffentlichkeit. In den drei örtlichen Schulen wird Friesisch unterrichtet. Alle Straßennamen der Neubaugebiete sind Friesisch. Das Andersenhaus, ein utlandfriesisches Haus von 1723 im Ortsteil Klockries, ist Sitz des Ostermohringer Friesenvereins und beliebter Veranstaltungsort in der Gemeinde. Die Sankt-Sebast-Kirche in Riesum und die Michaeliskirche in Lindholm haben ihre Ursprünge im 13. Jahrhundert. Ihr heutiges Bild entstand aber im 18. Jahrhundert. Beide Kirchen besitzen freistehende Glockenstapel und weisen teilweise im Inneren eine mittelalterliche Kirchenausstattung auf. Soweit nun zum Friesendorf Rissenlonhem. Ich empfehle Ihnen nun das Video zur frisischen Sprache. Bevor Sie sich allerdings in das Video vertiefen, darf ich mich verabschieden und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass Ihnen die Tour Spaß gemacht hat und Sie einen Einblick in unsere Region bekommen haben. Moin Moin und Tschüss! Moin Moin und Tschüss!